Diese Aussicht über Wien zu genießen? Dafür blieb bei Kofi Fabio Wippmer keine Zeit. Für ein neues Video wagte sich der 26-Jährige am Riesenrad auf 65 Meter Höhe. Damals in meinem Dorf angefangen auf 10 Zentimeter Mauern raufzuspringen und dann hat sich das Ganze so weiterentwickelt. Schon cool, wie man sieht, wo ein bisschen Radel fahren, was hinterm Haus angefangen hat, wohin das einen so bringen kann. Der gebürtige Lienzer hat mittlerweile 7 Millionen Abonnenten auf YouTube und lebt in Monaco. Wie jeden, den ich mit meinem Radel, mit meinen Videos ein bisschen inspirieren kann, das taugt mir. Und dann ist der Tag für mich schon wieder cool, wenn ich da irgendwen inspiriere. Fabio ist einer der Stars beim Masters of Dirt, die ab 10. Juni in der Wiener Stadthalle gastieren. Jetzt geht's weiter und es ist ein geiles Wetter und wir sind im Sommer und es wird eine Aftershow-Party geben und wir sehen meine Freunde wieder. Also es fällt mir ein Stein vom Herzen. Und eines gibt's zum Riesenrad-Stunt noch zu sagen. Du hast Höhenangst. Wir haben tatsächlich echt Höhenangst. Man kann's nicht glauben, aber es ist manchmal nicht von Vorteil, muss ich sagen, wenn ich solche Sachen mache. Aber nein, es pendelt sich dann eh ein. Also mit dem Adrenalin und so, es geht dann eh. Man muss seine Ängste überwinden. Yes. So ist es, ja.